So, die Eka hier nach dem Sieg. Glückwunsch, wir machen es ganz schnell. Kurzes Fazit zum Spiel. Ja, war halt Kampf pur. Also das Wetter echt beschissen. Man musste gucken, dass man irgendwie klarkommt mit dem letzten Regen. Es war wie, als würde man Duschtrei aufs Gesicht gehalten bekommen. Und dann ist natürlich ein wichtiges Spiel, ein gutes Los für uns. Das wollten wir auf jeden Fall packen. Wir waren heiß, wir waren motiviert. Und ich glaube, das hat man auch gesehen auf dem Feld. Und ja, dann haben wir es auch geschafft, im zweiten Saison mal zu drehen. Das war cool. Jetzt bin ich froh. Und jetzt duschen. Bis dann, tschüss.